Hallo, willkommen bei BehindertBarrierefrei.de. Wir sind bei der Firma Roth auf der Rehacare 2016. Erstmal hallo Uwe. Hallo Olli. Die Firma Roth stellt ja schon lange hier mal mobile Haltegriffe her. Wir haben schon darüber berichtet. Jedes Jahr natürlich was Neues gibt es. Es gab mit dem Verschluss zum Verschließen. Also ihr seid sehr innovativ, das wissen wir. Aber dieses Jahr habt ihr was ganz Besonderes auf den Markt gebracht. Genau, wir haben eigentlich schon länger daran gearbeitet und es langsam immer mehr verbessert. Und zwar ist es eine Anziehhilfe für Personen, die eben kurze Arme haben, dass die sozusagen im Urlaub die mitnehmen können. Deshalb haben wir es aus einem Teil gemacht, dass es federleicht ist, dass es auch für kleine Fliesen passt mit einem kleinen Durchmesser. Und dass es einstellbar ist, so wie es optimal ist, abklappbar. Und dass man dann mit ganz unterschiedlichen Aufsätzen, die können dann drauf gemacht werden, je nachdem wie die Person den Aufsatz braucht als Anziehhilfe. Dass wir das sehr individuell machen. Und dieses Teil ist noch flexibel, dass man sich dann nicht verletzen kann, dass es sich anschmiegt und auch die Kleidung nicht beschädigt. Weißt du, was ja das Geile ist, denn allein früher immer, es war ja immer ein großes Thema, wir wollen nicht bohren, wir wollen flexibel sein. Und die Wohnumstände ändern sich oft. Ja, man zieht mal um und und und. Badsteuer renoviert, alles wieder rausreißen, kannst du nicht mitnehmen. Hier aber auch ganz wichtig, hier kann man an dem Beispiel, finde ich, noch viel besser sagen und erklären. Jetzt überlegen wir mal, man sieht es jetzt gerade, ich stelle ich gleich vor, die tolle Dame, die müssen jetzt alle noch ein bisschen warten. Aber du musst mal überlegen, von der Körpergröße her auch, ja. Das heißt, diese Anziehhilfe, es gibt 1,40m, 1,50m, 1,80m Personen. Und jetzt kann ich da auch individuell ganz schnell Riesehilfe schaffen. Ja, also es kann eben auf der Höhe einfach festgemacht werden, wo es gebraucht wird und hält dann an jeder porendichten Fläche. Also nicht nur auf Fliesen, sondern auf Spiegel, auf Holzbeschichteten, auf Metall, auf allem Mögliche. Ich meine, die zwei Mädels, die wir hier organisiert haben, muss man wirklich sagen, die haben es noch nie probiert. Die haben wir jetzt wirklich einfach hier mal abgepasst, hier am Straßenrand sind die hier so schön vorbei und haben gesagt, die babbeln wir mal an, ob sie mitmachen. Und da freue ich mich, dass wir die jetzt vorstellen dürfen oder ihr dürft euch mal vorstellen. Wie heißt denn du? Hallo, ich bin Sophia. Sophia und? Ich bin Sigrid. Sigrid. Ihr seid beide, das sieht man schon, habt eine Einschränkung, Kontagan, denke ich wahrscheinlich, oder? Genau, ja. Und ist das ein Problem bei euch, dass ihr sowas verwenden könntet? Auf jeden Fall. Es ist eine erhebliche Erleichterung. Wie macht ihr es jetzt? Gibt es da schon Hilfsmittel, wie ihr das irgendwie löst? Das ist eine ziemliche Frickelei. Also das ist schon wirklich gut, vor allen Dingen, weil man was mitnehmen kann. Es ist mobil, man kann es mitnehmen. Man kann es mitnehmen, aber bevor du es mitnimmst, will ich natürlich sehen bei euch, ob das überhaupt funktioniert. Wäre ihr bereit, dass man das mal zeigen darf, ob das wirklich Sinn macht? Also es funktioniert, auf jeden Fall. Ich habe das in Groß schon seit über einem Jahr und nehme das mit auf Reisen. Da ist der Radius ja größer zum Festmachen. Und zum einen zum Anziehhilfe. Nun habe ich relativ lange Haare. Ich habe es manchmal aber auch so dran gemacht, dass es nicht nach unten, sondern dass es quer ist. Und dann kann ich meine Haare rausholen aus den Jacken und so weiter. Dann ist es sozusagen wie so eine Türklinke in meiner Höhe. Ich würde sagen, wir überprüfen, wir reden gar nicht lang. Der Chef guckt auch schon ganz gespannt da hinten, ob das jetzt den Praxistest hier schafft. Also bedanken wir uns mal. Bis bald, euer Behindert-Barriere-Freiteam und? Und ja, Firma Rot. Und? Wir zwei. Ihr zwei. Und wir zwei. Und ihr zwei. Okay. Tschüss. Und wir zwei.